Ein mieses Arschloch bist du. Ich erzähl dir von meinem Problem und du... ...lachst dir ins Fäustchen und legst meine Freundin flach. Rache ist der schlechteste Weg. Ach, Henning. Warum bist du bloß so tolerant? Ich kann's mir leisten. Ich habe alles verloren. Angenommen, man kippt diese Ölmischung in ein normales Auto. Das wäre ziemlich dumm. Wieso? Dann kannst du den Motor verschrotten. Ich wollte dich nie hintergehen. Es war... Ich habe sie geliebt. 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 Dass ich mir die Finger schmutzig mache. Hä? Ist bei dir alles okay? Ja, ja, Mann. Alles okay. Bist du sicher? Ja, Mann. Kümmer dich um Daniel. Wenn mein Vater mitkriegt, was mit dem Auto los ist. Mann, der rastet aus! Zweitakter-Gemisch in einem Mercedes. Echte Spitzenklasse. Fuck, ich kann einpacken. Warum kann dein Vater auch kein Trabi fahren? Gute Idee. Ich kann es ihm ja mal vorschlagen. Sag mal, kann man das Zeug nicht irgendwie absaugen? Na, vergiss es, Mann! Der Motor ist hin! Warum habe ich das Zeug da bloß reingekippt? Ach komm, es konnte doch niemand wissen, was in dem Kanister ist. Ja, sag das mal meinem Vater. Na ja, so ein neuer Motor für ein Mercedes ist ganz schön teuer. Na ja, was du nicht sagst. Hallo, ihr beiden! Was ist euch denn über die Leber gelaufen? Ich hab's mit dir. Ich hab' mit dir. Ich hab' mit dir geplaatet. Ich hab' mit dir geblendet. Hallo, Marie. Bist du beschäftigt? Tja, mit Vergangenheitsbewältigung Da habt ihr sehr glücklich ausgesehen Ja, das waren wir auch Damals Vermisst du Carolin sehr? Ich vermisse, ich vermisse manche Momente mit ihr Aber auf das traurige Ende könnte ich verzichten Hey, mach nicht so ein Gesicht, mir geht es gut Das soll ich dir wirklich glauben? Ja, ich kann sogar schon wieder lächeln Ich bin froh, dass es dir wieder besser geht Ich hatte große Angst, du könntest an dem Ganzen zerbrechen Ach, na komm schon Die von Anstetten sind aus gutem Holz geschnitzt Echte alte Fichte oder so Sag mal, wollen wir nicht mal wieder rausgehen? Klar, wann denn? Jetzt zum Beispiel? Du hättest Daniel mal sehen sollen Er war völlig außer sich So habe ich ihn noch nie erlebt Wundert dich das? Nein Musst du doch weg? Ja, ich habe überlegt, ob ich nochmal zu Daniel gehe Oh, das wäre glaube ich keine gute Idee Der schlägt dir die Tür vor der Nase zu Wieso konnte Jonas nicht warten, bis ich mit Daniel rede? Gabriela Weil er seinen besten Freund nicht länger belügen konnte Weil du viel zu lange beratet hast Ja, aber so ist alles noch viel schlimmer Sag mal, glaubst du das wirklich? Jonas wollte auf Daniel von Anfang an rein im Wein einschenken Du hast es verhindert Ich weiß Ja, dann schieb es nicht auf Jonas Das tue ich auch gar nicht Aber er hätte erst mit mir reden müssen, bevor er Daniel alles sagt Jetzt ist es jedenfalls raus Und es ist gut so Wieso ruft er nicht an? Wer? Na, Jonas Das ist ja wohl das Mindeste Also, du könntest es ja auch tun Das habe ich ja schon x-mal versucht Aber er ist ja nie da Ich habe sogar Tom ausgerichtet Er soll mich sofort anrufen Aber Ach, dieser Feigling Ich glaube, sie war nicht so begeistert Ja, mein Dad wird auch nicht lachen Was willst du ihm denn sagen? Hi, Dad Ich höre dir Ich werde nie wieder mit deinem Mercedes fahren Er ist nämlich hin Kommt vielleicht nicht so gut Vielleicht Die Karre ist dein Ein und Alles Und wenn du es ihm einfach nicht sagst Schon gut war ja nur ein Vorschlag Mann, stell dir das doch mal vor Wenn er den Wagen startet Stottern, Qualm Was weiß ich Und das bei meinem Vater Da habt ihr euch ja wirklich was geleistet Er wird mich vierteilen Das bezweifle ich Der Pannendienst hat gerade den Tank abgepumpt Echt? Und es ging einfach so? Ihr seid noch mal glimpflich davongekommen Mom, du bist echt super Vielen Dank, Frau von Weinbach Hi Hast du den Mercedes gefahren? Ich? Wieso? Weil er nicht mehr dort steht, wo ich ihn abgestellt habe Dad, ich... Habe ich dir nicht ausdrücklich verboten, damit zu fahren? Martin, ich... Ich glaube, du tust dem Jungen Unrecht Ich... Ich musste noch ein paar Besorgungen machen Und da habe ich den Mercedes genommen Boah, es tut so gut, mal wieder unter Leuten zu sein Besonders in so charmanter Begleitung Oh, das Kompliment, wenn wir zurückgehen Bestimmt, Tina Ja, ich hatte auch schon lange nicht mehr so eine charmante Begleitung Viel zu lange Wollen wir tanzen? Oh, ich muss noch erst ein bisschen relaxen Aber später, ja? Margie Mir geht's genauso Ich bin den ganzen Tag rumgelaufen Ihr seid vielleicht bei Spaßbremsen Ja Dann muss ich ihm alleine tanzen Es geht ihm schon viel besser Meinst du wirklich? Ja, schau ihn doch an! Ich traue dem Ganzen nicht Wieso? Er hat es mir heute selbst gesagt Er ist dabei mit allem Angst Wenn du den Selbstmord deines Vaters so schnell vergessen kannst Ja, und dann die Trennung von Karol Das wird ihn noch ewig verfolgen Sei doch nicht so pessimistisch Immerhin hat er sich jetzt schon mal von viel genaut Das hat nichts zu sagen Deine Erinnerung Das ist nie los Ja, aber Er kann inzwischen über alles reden Und heute wollte er unbedingt mit uns ausgehen Das ist doch ein gutes Zeichen Hoffentlich macht er sich nichts vor Ach, das glaube ich ihm Ja, danke Na, erzähl doch mal Du bist doch nicht ohne Grund so ausgerastet, ne? Ich hab echt keinen Bock darüber zu reden, okay? Das kenne ich, Daniel Aber vertrauen mir Alles in sich rein zu fressen ist keine Lösung Das Thema Jonas hat sich für mich erledigt Mehr sage ich nicht dazu Aber ihr... Ihr seid doch gute Freunde Ja, gewesen Zumindest habe ich mir das eingebildet Gabriela Ich bin einfach froh, wenn mir der Typ nie wieder über den Weg läuft, okay? Ich geh dann mal Warte mal Findest du es wirklich eine tolle Idee, heute Nacht zu Hause zu schlafen? Keine Panik, das habe ich nicht vor Ja, und wo willst du hin? Keine Ahnung Daniel, ich... hab einen Schlafsack hier, wenn... Lass mal Ich werde schon irgendwo unterkommen Mehr als anbieten kann ich es ja nicht Ja, danke Puh... Letzte Läder war ganz streftig Jetzt warst du so gut wie im Mercedes fahren, oder? Hör bloß auf Aber deine Mutter ist ziemlich locker drauf, ne? Wenn ich dann meine denke Eigentlich ist sie ja meine Stiefmutter Verstehe mich aber trotzdem ganz gut mit ihr Ja, das habe ich gemerkt Von Marie kann man das übrigens nicht behaupten Die beiden sind wie Feuer und Wasser Echt? Ansonsten ist meine Familie aber echt cool Auch mein Vater Nur wenn es um seinen Mercedes geht Da versteht er überhaupt keinen Spaß Ja, das kann ich aber auch irgendwie verstehen Also wenn ich so eine Nobelkutsche hätte, wäre ich auch ein bisschen vorsichtig Ja, logisch Ich meine, das mit der Spritztur hätte aber echt nach hinten losgehen können Wenn dein Vater was gemerkt hätte, auf jeden Fall Ein Glück, dass meine Mutter uns nicht verpfiffen hat Wie bitte? Und das sagst du mir erst jetzt? Zum Glück ist ja nichts passiert Es hätte aber was passieren können, Beatrice Freg dich nicht auf, Martin Jungs in dem Alter schlagen nun mal gerne über die Stränge Trotzdem, was zu weit geht, geht zu weit Ich habe Felix ausdrücklich gesagt, dass der Wagen tabu ist Wenn ich mich recht daran erinnere, bist du früher auch nicht grad ein Waisenknabe gewesen Ich hätte aber kein zweitakter Gemisch in so einen Wagen gekippt Ich darf das Felix nicht durchgehen lassen, sonst tanzt er uns bald völlig auf der Nase herum Jetzt sei nicht so nachtragend Der Junge hat längst eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat Außerdem, wie stehe ich denn vor den beiden da, wenn du ihnen jetzt auch noch eine Standpauke hältst? Ich habe Felix versprochen, dir nichts zu verraten Der Junge vertraut mir Das ist natürlich ein Argument Komm, tu einfach so, als wüsstest du von nichts Und ich garantiere dir, es wird sich nicht wiederholen Und was macht dich da so sicher? Intuition Sei nicht zu hart Du weißt ganz genau, dass ich dir nichts abschlagen kann, wenn du mich so ansiehst Danke mein Schatz, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann Mh Pfff Dankeschön Für meine eine Lieblingsfreundin Merci Und für meine andere Lieblingsfreundin Du schmeichler Sorte Auf die zwei charmantesten Hützesten Bezauberndsten Handy Nicht unterbrechen Attraktivsten Geistreichsten Und hinreißendsten So, jetzt reicht's aber Besen, die man sich vorstellen kann So, das musste einfach mal gesagt werden Danke Henning, du bist echt süß Im Übrigen ist es mir schon lange ein Bedürfnis, euch endlich mal zu danken Wofür? Für alles, was ihr für mich getan habt Ohne euch hätte ich's nie geschafft Nach allem, was passiert ist Irgendwann wieder Land zu sehen Jetzt übertreibst du aber Nein, das ist mein voller Ernst Ihr... Ihr habt mir so viel Kraft gegeben Ihr alle beide Und ihr wart immer für mich da Hauptsache es geht dir jetzt wieder besser Das tut es Stoßen wir auf die Zukunft an Lass ihr uns allen nur Gutes Oh, da bist du ja endlich Ich sterbe langsam vor Hunger Ich hab nichts zu essen dabei Sorry, ich hab gedacht das wäre letzter Sag mal Jonas, was haben die denn mit dir gemacht? Oder? Sieht's denn aus? Ja, als hättest du im Stadion die falsche Mannschaft angefeuert Wer war denn das? Warte mal Nicht etwa Daniel Ist er da? Nee, nee Komm jetzt, jetzt setz dich erst mal hin Komm Oh shit, der hat dich ja ganz schön zugerichtet Ich hab's verdient Ach, so'n Quatsch Weners, komm mal her Das muss desinfiziert werden Ähm, Gabriella hat rüber jetzt ran gerufen Und? Ja, sie wollte dich dringend sprechen Ach, wo willst du denn jetzt hin? Ja, zu Gabriella Nichts da, du bleibst schön hier Aber ich muss ja alles erklären Jonas, du kannst so nicht zu dem Brandners gehen Und außerdem ist es viel zu spät Aber... Kein aber Komm Ich warte dich jetzt erst mal und dann Dann sehen wir weiter, okay? Gott Ja, bitte? Bitte Morgen Hey, klasse Du kommst genau richtig, Mann Ich bin auch gerade erst aufgestanden Ich hab ihn zum Frühstück eingeladen Ja, setzen Sie sich doch Danke Mal was anderes als dein WG-Fraß, was? Musst du nicht langsam zur Schule? Nö Greifen Sie doch zu Aha Guten Morgen allerseits Morgen Morgen, Herr von Beinbach Ihr beide seid von uns ertrennlich Wie Pech und Schwefel Tschüss Möchte noch jemand einen Kaffee? Danke, Christiane, aber ich muss heute wohl im Büro frühstücken Auch wenn ich euch gern Gesellschaft leisten würde Passt du nicht sowieso gleich einen Termin? Ich bring dem Gärtner nur noch schnell das Ölgemisch für den Laubsauger Dann kann er endlich mal im Park aufräumen Das hat doch Zeit bis morgen, Martin Fahr lieber los, sonst kommst du zu spät Anton hat mich extra drum gebeten Außerdem, der Rasen sieht wirklich verheerend aus Wie wäre es, wenn die beiden sich darum kümmern? Na, was haltet ihr davon? Klar, wir können das Laub auch haken Das wollte ich immer schon mal machen Ist auch gut für die Oberarmmuckis Oder hast du keinen Bock? Nee, super, Laubhaken Wer nutzt doch den Laubsauger? Damit geht's rucki zucki Ach was, ein bisschen Bewegung kann uns nicht umbringen Oder, was meinst du? Nee, klar Wollen wir los? Ich möchte sie nicht lange aufhalten Worum geht's? Ich komme im Auftrag meiner Mandantin, Caroline von Anstetten Ist etwas nicht in Ordnung? Nein, kein Grund zur Sorge Ihre Frau ist in bester Verfassung Haben Sie sie gesehen? Sie stehen noch in Kontakt mit ihr Das lässt sich in meiner Funktion als Ihr Anwalt schwerlich vermeiden, Herr von Anstetten Aber, kommen wir zur Sache Wo ist sie? Herr Doktor Steiner, bitte sagen Sie mir, wo sie sich auffällt Das ist leider unmöglich, Sie wissen, als Ihr Anwalt unterliege ich der Schweigepflicht Aber ich muss es wissen, können Sie in diesem Fall keine Ausnahme machen? Es tut mir wirklich leid, aber meine Mandantin hat mich gebeten, Ihnen keine Auskunft zu erteilen Was ist das? Die Frau von Anstetten möchte die Scheidung einreichen Wie bitte? In diesem Umschlag finden Sie alle erforderlichen Unterlagen Ach, dann habe ich hier noch einen persönlichen Brief Ihrer Frau Ach, da hat ich ja richtig in Arbeit aus Ach, da hat ich ja richtig in Arbeit aus Ja, was hast denn du gedacht? Ach, ein bisschen spaßiger, ich mir das Ganze schon vorgestellt Ja, bei dem Riesenpark und auch noch mit leerem Magen Ich finde, das haben die beiden sich redlich verdient, so wie die sich ins Zeug legen Tja, ich glaube, von Spritztouren mit dem Mercedes haben die beiden vor es genug Nun weide dich nicht auch noch an Ihrem Unglück Schadenfreude ist die schönste Freude Weißt du doch Ach, wenn wir so weitermachen, sind wir morgen früh noch nicht fertig Mit diesem bescheuerten Laubsauger hätten wir es schon längst geschafft Sag mal, vielleicht funktioniert der ja mit Normalbenzin, wenn es andersrum schon nicht funktioniert Ha, 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 sehr witzig Komm schon, sonst wären wir nie fertig Kleine Erflischung gefällig? Oh, vielen Dank, das können wir echt gut gebrauchen Übrigens, du hast uns schon wieder das Leben gerettet Wenn er doch noch dahinter gekommen wäre Dein Vater muss ja nicht alles mitbekommen Tut's weh? Geht schon Meinst du, Daniel und Gabriele haben doch mal miteinander geredet? Das würde mich wundern Er ist bestimmt froh, wenn er sie nicht sehen muss Vielleicht haben sie sich ja wieder versöhnt Jonas, daran glaube ich ehrlich gesagt nicht Ich auch nicht Gabriele ist bestimmt stinksauer auf mich Oder erleichtert, weil das Versteckspiel endlich ein Ende hat Hm, das wäre optimal Ich hätte es ihr überlassen müssen, Daniel, alles zu beichten Das wäre bestimmt besser gewesen Das nützt jetzt aber auch nichts mehr Möchtest du auch einen Toast? Nee, danke Trotz allem, ich bin froh, dass alles raus ist Die ständigen Lügen, gar nicht zu ertragen Du hast doch lange genug den Mund gehalten, Gabriele zuliebe Und Daniel hat mir auch noch vertraut Klar Du belügst und betrügst ihn und er? Er schenkt dir noch ein Boot Das hätte ich auch nicht länger ausgehalten Meinst du, Gabriele kann verstehen, wieso ich es Daniel gesagt habe? Das wird dich einige Überzeugungsarbeit kosten Wie soll es jetzt eigentlich zwischen dir und Gabriele weitergehen? Hast du schon mal daran gedacht? Ich denke die ganze Zeit an nichts anderes Ja, und? Das klingt vielleicht total egoistisch Aber ich liebe Gabriele Ich hoffe immer noch, dass wir zusammenkommen Wiedersehen Wiedersehen Lieber Henning Verzeih mir, dass ich mich erst jetzt melde Nach den schrecklichen Ereignissen auf Friedenau habe ich Zeit zum Nachdenken gebraucht Auch wenn es schmerzvoll ist So sehe ich für uns beide auch in Zukunft nur einen Weg Jeder von uns muss ein neues Leben beginnen Deshalb will ich mich scheiden lassen Wenn das Kind zur Welt gekommen ist werde ich dich natürlich benachrichtigen Bitte suche mich nicht Es ist besser für uns beide wenn wir uns nicht mehr sehen Caroline Und sieh zu, dass du was Warmes in den Magen bekommst Steht noch was auf dem Herd Hallo, Anna Hallo, Jonas Ist Gabriele da? Rein mit dir, das ist schön erwartet Danke Hallo Das ist weniger schlimm, als das aussieht Und? Hast du schon mit Daniel geredet? Allerdings Ich wollte ihm nichts, wenn wir uns erzählen Weißt du eigentlich, was du getan hast? Du hast mich ins offene Messer laufen lassen Ich liebe dich Das interessiert mich nicht mehr Bis zum nächsten mal ich liebe dich Ich hoffe da..